Ja, unter Eco-Protect verstehen wir unsere Produktfamilie für alle nachhaltigen Möbelprodukte von Rehau. Unter diesem Dach fassen wir sowohl unsere Kantenbänder, Systems-Lösungen als auch die Oberflächen zusammen, die in puncto der Nachhaltigkeit besondere Eigenschaften besitzen. Denn genau dieses Thema der Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und wichtiger und wir haben ja eine sehr, sehr spannende Dynamik, die wir erleben. Den ersten Schritt haben wir jetzt mit unseren beiden nachhaltigen PP-Kantenbandproduktlinien Raukantex Eco und Raukantex Evo gemacht. Ja, Raukantex Eco ist unser erstes Kantenband, das zu 50 Prozent aus externen postindustriellen Rezyklaten besteht. Bei Raukantex Evo verfolgen wir einen anderen Ansatz. Hier setzen wir auf Polymere, für deren Herstellung non-fossile Vorrohstoffe zum Einsatz kommen. Vereinfacht gesagt, heißt das, dass für das PP-Grundmaterial der Kante kein zusätzlicher Rohölbedarf besteht. Um das sicherzustellen, haben wir mit Raukantex Evo die ISCC Plus Zertifizierung durchlaufen, so dass wir das für unsere Kunden über das sogenannte Mass-Balance-Verfahren vom Vorrohstoff bis zum Endprodukt der Kante garantieren können. Beide Kantenbänder sind in sämtlichen Dekor- und Farbvarianten erhältlich, von Color, Dekor bis Designung, in vielen Farben, Prägungen, auch Lacken. Von Edelmatt bis Hochglanz und auch egal, ob der Kunde auf Haftvermittler- oder Nullfugentechnologie setzen möchte, auch hier ist von der Pure bis zur Pro-Ausführung eben alles möglich. Raukantex Eco und Evo sind tatsächlich die ersten beiden Produktlinien, die mit einem konkreten Nachhaltigkeitsanspruch entwickelt wurden. Mit dem Polypropylen, das wir im Einsatz haben, haben wir einen Rohstoff, der vom CO2-Footprint und seinen Recycling-Eigenschaften bereits sehr, sehr gut ist. Die Nachhaltigkeit umfasst aber auch andere Themen, zum Beispiel die Schadstofffreiheit. Und so sind unsere Kunststoffrezepturen auf dem neuesten Stand, erfüllen sämtliche einschlägigen Richtlinien, was beispielsweise konkret bedeutet, dass unser europäisches ABS-Kantenprogramm komplett chlorfrei ist. Darüber hinaus setzen wir beispielsweise bei unserer Nullfugenkante Raukantex Pro auf 100%ige Klebstofffreiheit. Und last but not least gibt es auch noch eine Kantenbandlösung für den Leichtbau im Möbelbereich, die sogenannte Raukantex Basic Edge. Mit dieser können Platten mit warmen Kern optimal geschützt werden.